Zugangslösungen müssen heute je nach Einsatzort ganz verschiedenen Anforderungen genügen. Entsprechend gibt es auch eine Reihe ganz unterschiedlicher Ausführungen. Sie reichen von der klassischen Kombination aus Drücke, Klinke und mechanischem Schloss über Lösungen mit elektronischem Schlüssel, wie zum Beispiel Klick der Marke Icon, bis hin zu RFID-Token oder Chipkarte mit drehbarem Knauf. Alle Bauteile auf bzw. an der Tür müssen entweder stabil und robust oder, wie der Schließzylinder, flächenbündig eingebaut sein, denn sonst bieten sie eine Angriffsmöglichkeit für Vandalismus, Einbruch und Sachbeschädigung. Auch bei der täglichen Arbeit können Beschädigungen vorkommen. Ein Krankenbett, das von einem Zimmer ins nächste geschoben wird oder ein mobiler Werkzeugschrank in der Autowerkstatt, könnten leicht den Knauf abreißen. Der elektronische Icon-Zylinder bietet den Vorteil, dass er aufgrund der modularen Bauweise stets an die Türblattstärke angepasst und damit bündig eingebaut werden kann. So besteht keine Gefahr, dass dieser mechanisch beschädigt wird. Die Elektronik wiederum liegt geschützt im Klickzylinder, sodass die Funktion stets gewährleistet ist. Das zuverlässige Schließen und Öffnen mittels elektronischem Zylinder ermöglicht es, vollständig auf einen Knauf zu verzichten. Dann steht nichts mehr hervor, was im Arbeitsalltag abgefahren oder von Vandalen abgetreten werden kann. So lassen sich die Kosten für Beschädigungen deutlich reduzieren. In manchen Situationen ist eine elektronische Schließlösung auch aus optischen Gründen von Vorteil. In historischen Gebäuden und denkmalgeschützten Immobilien können moderne Schließzylinder gegen den mechanischen ausgetauscht werden, ohne das historische Erscheinungsbild zu stören. Da die Lösungen von Asser Abloy ohne Verkabelung auskommen, muss auch nicht in die Bausubstanz eingegriffen werden. Elektronische Klickzylinder können auf jede Türblattstärke angepasst werden. So lassen sich mechanische Schließzylinder schnell und ohne großen Aufwand austauschen. Die Stromversorgung erfolgt über den Schlüssel, am Schloss müssen also keine Batterien getauscht werden. Mit der digitalen Verwaltung der Zugangsberechtigungen wird darüber hinaus auch das Schlüsselmanagement deutlich vereinfacht. Elektronische Schlösser von Asser Abloy bieten die Grundlage für bündige Türlösungen. Der abgefahrene Knauf gehört der Vergangenheit an. Mechanische Zylinder können problemlos ersetzt werden, auch in historischen Umgebungen. Da ist keiner Verkabelung Bedarf. Zusätzlich wird der Systemadministrator durch die digitale Verwaltung entlastet. Sie haben noch Fragen zu unserer Klicklösung? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir beraten Sie umfassend bei all Ihren Fragen.